Lars Schönhüttel, Glückwunsch zum 4 zu 1. Sieg. Ich denke ein hart erkämpfter Sieg heute. Was hat in der ersten Halbzeit nicht so gepasst, was ihr in der zweiten Halbzeit besser gemacht habt? Ich denke mal die Einstellung war nicht so zu sehen in der ersten Halbzeit. Dafür in der zweiten dann voll rausgehauen und dann noch verdient gewonnen, würde ich sagen. War es in der Halbzeit ein bisschen lauter? Ja, kann man sagen. Also der Ton hat es gemacht und das hat man auch dann gemerkt. In der zweiten Halbzeit hat es eine ganz andere Moral gezeigt. Verdient gewonnen, würde ich sagen. Wie siehst du deine Leistung? Ich denke heute in der zweiten Halbzeit kannst du definitiv zufrieden sein. Starke Laufleistung. Die letzten Wochen waren, ich sag mal, schon mal ein bisschen durchschnittlicher. Ich denke heute ein positiver Aufwärtstrend bei dir? Auf jeden Fall. Kann nur welche aufgehen.